So Freunde, da sind wir wieder beim neuen Minecraft Video und ja, heute ist ein besonderes Video, weil wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, werde ich heute den Seed meiner Welt verraten. Und ja, ich habe auch ein paar Fragen bekommen, ob ich die Welt zum Download freistelle, das wird garantiert auch noch irgendwann passieren, aber momentan habe ich noch nicht wirklich das vor, einfach weil die Welt oder die Folgen soweit vor dem sind, was jetzt rausgekommen ist auf YouTube. Deswegen möchte ich das noch nicht veröffentlichen, weil sonst halt Spoiler da sind. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann einfach mal... Ah, ihr habt gedacht, so einfach wäre es oder was? Ha! Got him! Nee, Spaß. Ich werde den Seed auf Discord veröffentlichen und zwar im Infotab. Und da wird hier oben auch angepinnt sein, da ist ja zum Beispiel das Texture Pack drin. Ja, seid mir nicht böse, aber ich wollte auch ein paar mehr Leute in den Discord bekommen und das ist dann zum Beispiel ein, Ding, was ich machen kann. Der Seed wird nur im Discord verfügbar sein und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, wie gesagt, seid mir nicht böse, aber manchmal muss man auch ein bisschen gemein sein. Viel Spaß mit der Welt und danke, dass ihr meine Videos so fleißig guckt. Bis dann. Tschüss!